Die Gletscher, die ewigen Giganten, geformt in der Natur durch das Zusammenspiel von Eis, Wasser, Schnee und Kälte. Seit Jahrzehnten halten ihre Schönheit fest mit meinen Bildern. Sie sind die Thermonäther von unserem Planeten, wird es kälter wachsen sein, wird es wärmer, schrumpfen sein und schmelzen. Lass uns darüber reden, das ist wichtig. Mein Name ist Jörg Kaufmann und das ist Gletscher's Today. Lass uns darüber reden, das ist wichtig. Das ist wichtig. Vielen Dank.